Diese Verpackung hat die Natur zum Ursprung. Diese Flasche den Menschen. Doch beide Verpackungen brauchen ihre Zeit zum Verrotten, wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Dieses Papier löst sich in einem halben Jahr zur Gänze auf. Diese PET-Flasche benötigt 300 Jahre dafür. Nur wenn wir alle richtig entsorgen, muss das nicht die Natur für uns übernehmen und ist viele Jahre verschmutzt. Außerdem gelangt so unser Müll auch nicht in die Nahrungskette unserer Nutztiere. Es kostet uns Steuerzahler jährlich Millionen achtlos weggeworfenen Müll wegzuräumen. Die richtige Entsorgung ist deshalb unvermeidbar und umweltbewusst. Präsentiert von den Vorarlberger Gemeinden und dem Umweltverband.